Hallo da draußen, gucken Sie mal, wie schön ich hier auf dem Zaun liege, bei uns im Ruhrgebiet. Ja, da fühlt man sich glatt wie ein Zaunkönig. Aber besser noch, ein Zaunkönig, der lebt, als eine Ratte, die die Ratten von der Königsallee in Düsseldorf verwaltet. Wenn Sie da den Tümpel sehen, an der Flaniermeile, zum Kotzen.